Auf den zweiten Platz, bitte Udo. Ja, auf den zweiten Platz. Arco Bruno. Yeah! Also, ich möchte euch sagen, warum der Simon hier oben ist. Bei uns ist es so eine Tradition, dass er den Titelverteidiger auf der Pokal weitergibt. Und er ist unser Titelverteidiger von letztem Jahr im Finale. Und er hat auch als grosses Turnier gewonnen. Und darum hat der Simon eigentlich die grosse Ehre, am Gewinnen den Pokal zu bereiten. Und er möchte jetzt bitte den Fuhre zu beten. Yeah! 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 Christian! Wir sind gut zusammen. Hier jetzt sind sie alle, bis heute drin. Ja, wir sitzen ja halt. Ja, wartet noch. Jetzt sind die kleinen Kleine. Hat er noch Platz? Wir sind ja Köln. Jo, also! Ja, das ist noch mal am Ende. Vielen Dank.